Nach all der Zeit, die wir in den Flüssen Brasiliens und französisch Guianas verbracht haben, ankern wir das erste Mal wieder auf dem Meer. Zwischen Inseln, die von Palmen übersät sind, und im blauen Meerwasser dürfen wir nicht nur die Natur, sondern auch die unfassbare Geschichte dieser Inseln entdecken. Ich bin aufgestanden, es ist hier ein wenig kühler als im Festland und ich höre die Wellen hinter mir gegen Steine schlagen und die Affen und die Vögel, die auf der Insel kreischen. Heute ist der Tag gekommen, wir können die Inseln anschauen, die schon von hier einfach so unfassbar cool aussehen und ich kann es kaum erwarten, dass Thilo gleich aufsteht und den Tag losgehen kann und wir mit dem Ding hier rüberfahren und diese Inseln erkunden. Wir genießen unseren Morgen in dieser Kulisse und kühlen uns im Meer ab, was wir noch nicht wussten zu diesem Zeitpunkt, dass viele Bullenhaie in den Buchten und die Inseln unterwegs sind und wurde also davon abgeraten, nochmal baden zu gehen. Kokosnüsse zum Frühstück dürfen hier natürlich nicht fehlen. Wir haben jetzt hier ein bisschen gerödelt, gefrühstückt und in Ruhe den Morgen gestartet. Und jetzt geht's endlich rüber, packen unsere Rucksäcke und dann geht's ab. Musik also unsere Sachen zusammen und lassen unser Boot alleine. Da wir die Il San Josef schon am Abend zuvor besucht haben, wollen wir heute auf die Ere Royale. Die dritte der drei Inseln, die Teufelsinsel, darf nicht betreten werden. Doch dort gibt es eh nicht viel anzuschauen. Das Gefängnis, der Friedhof und vieles weitere befindet sich auf der Insel, die wir heute besichtigen werden. Untertitelung des ZDF. Es ist so heiß hier und so schwül und richtig still. Alles ist voll zugewuchert. Es gibt auf jeder Insel, glaube ich, ein Gefängnis und wir sind hier gerade auf einem davon. Ich kann mir das jetzt nicht mehr, wie das hier früher war, aber es ist auf jeden Fall eine große Location. Wir sind jetzt gerade im Inneren des Gefängnisses und hier ist eine ganz große Mauer und die ist einfach doppelt vergittert, immer da, wo die Fenster sind. Und hier sieht man quasi noch die Häuser, die Reste von den Häusern. Die Dächer sind nicht mehr da, aber die Wände stehen noch. Und da wurden dann wahrscheinlich die Gefangenen oder da haben die Gefangenen übernachtet oder die haben hier gearbeitet. Ich weiß nicht genau. Irgendwas müssen die auch gemacht haben. Die haben hier nicht mehr rumgegammelt. Auf jeden Fall sehr, sehr verrückt, mal durch so ein Gefängnis zu laufen. Wir sind jetzt hier an den Gefängniszellen angekommen. Das ist einfach heftig. Das sieht eigentlich fast genauso aus wie im Film, als Papillon geflüchtet ist und dann in diese mega Einzelzelle gekommen ist. Hier mit diesem Gitter oben. Ich gehe jetzt mal in eine rein. Das ist so krass. Stell mir vor, du musst hier einfach jahrzehntelang, lebenslang hier vegetieren, dann irgendwelche Maloche-Arbeiten machen. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Fast 100 Jahre lang wurden die drei Inseln, die zusammen die Inselgruppe Ile de Salou bilden, als Gefängnisinsel für französische Gefangene genutzt. Von 1852 bis 1946 mussten die Gefangenen hier aneinandergereiht Zwangsarbeit verrichten. Zwischen den Straftätern befanden sich auch unschuldige Männer, die nichts anderes getan hatten, als für die politischen Überzeugungen der französischen Revolution einzustehen. Unter unmenschlichen Bedingungen arbeiteten die Menschen zwölf Stunden am Tag in Ketten, um sich von ihrem Lohn Nahrung zu kaufen. Über 40 Prozent starben schon im ersten Jahr an Hunger, über Anstrengung oder unbehandelten Krankheiten. Nur wenigen gelang die Flucht aus dem Gefängnis und der Weg durch den dichten Urwald, doch auch die, denen es gelang, ertranken, anschließend beim Versuch, die Insel schwimmend zu verlassen. Nach einem Fluchtversuch wurden Gefangene oft Monate am Stück in Zellen ohne Tageslicht gebracht, wo sie ausharren und auf das Ende ihrer Strafe warten mussten. Ironischerweise bedeutet der Name der Inselgruppe Ile de Salou Insel des Heils. Durch den Gefangenen Alfred Dreyfue, der wegen falscher Anschuldigungen seit vielen Jahren gefangen halten wurde und durch die Aufdeckung seiner Unschuld kamen die Grausamkeiten der Strafkolonie ans Licht. Dreyfue und einige andere Zeugen berichteten von der Zeit in der Strafkolonie und dennoch wurde sie erst 1946 kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgelöst. Hier ist Papillon dann durchgerannt. Das ist doch krass, oder? Da ist er hier immer so scheiße, ich habe gar nichts verbrochen, jetzt muss ich irgendeinen Scheiß machen und dann werde ich jetzt bald irgendwann flüchten und dann eine Kulisse jetzt mit dem Baum hier, wie die Wurzeln sich hier durchgezogen haben, dass das jetzt sich quasi die Natur zurückgeholt hat. Guck mal, hier ist die so eine richtige Couché-Armeis-Straße. Guck mal, was die alles tragen. Hier hat jeder so ein Riefenblatt im Arm. Hier hinter mir ist jetzt eine Dunkelzelle, wo kein Licht reinkommt und die Tür zugemacht wird und man dann einfach abgeschottet ist und ohne Licht. Leben ist auch einfach krass. Für uns ist es unvorstellbar, was hier damals passiert ist und wir können uns nur sehr schwer so viele Jahre zurückversetzen. Die Zellen und Mauern sind mittlerweile zugewuchert und teilweise eingefallen, doch es herrscht eine düstere und drückende Stimmung. Es war ein Ort des Grauens inmitten dieser atemberaubenden Natur. Es war ein Ort des Grauens. Wieder eine mega Luftfeuchtigkeit hier. Wir waren jetzt oben auf dem Berg, wo das Gefängnis war. Und jetzt gehen wir einmal einen Rundweg um die Insel rum. Und der ist auch einfach mega schön. Überall Palmen, dann mit diesen schwarzen Steinen und die Wellen scheppern dagegen. Und überall so ein paar Tierchen und ein paar Affen haben wir schon gesehen. Und dann diese Riesenmeerschweinchen. Es ist schon sehr, 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 sehr nice hier. Ich habe Angst, dass meine Kopf sind auf dem Kopf fällt. Guck mal, wie viele da dran hängen. Aber das ist ja mal ein krasser Halbwald hier. Wie schlecht ist das denn? Einen Friedhof gibt es hier. Vielleicht wurden hier die Gefangenen, die gestorben sind, so ehrlich. Was ein Minigräber, ey. Alle drei Inseln sind nicht besonders groß und wir können innerhalb einer Dreiviertelstunde einmal um die gesamte Insel laufen. Verrückterweise sind wir hier ziemlich die einzigen Besucher an diesem Tag. Außer zwei fremden Regionären und uns ist niemand anderes hier. Krasse Location hier. Ich glaube, der perfekte Spot für eine Mittagspause. Das ist ein paar Lachen. Ja. Das war's. Wir haben jetzt hier die Insel ein bisschen erkundet und sind jetzt hier unten an die Gebäude gekommen und haben jetzt hier zwei Leute getroffen. Die sind von der Fremdenlegion und die sind hier ein Jahr quasi stationiert, kümmern sich hier um die Gebäude und leben hier und machen hier klar Schiff. Und dann wechselt das wieder und die machen das hier alles sauber, weil das ein Spot ist, wo die ganze Fremdenlegion Urlaub machen kann quasi. Hier kommen dann immer welche hin und wir fragen jetzt mal ein, was das überhaupt genau ist und genau, was da so los ist, weil das ist ja schon ein ganz spezielles Thema. Seit 1831 sind in der Fremdenlegion Ausländer im Namen und Solz Frankreich unterwegs. Sie sollten die hehren Gedanken der Revolution in die Welt tragen. Doch von Beginn an waren die meisten Legionäre weniger Idealisten als gescheiterte Existenzen. Heute besteht die Fremdenlegion noch aus rund 9.000 Soldaten, die auch im Rahmen der Vereinten Nationen eingesetzt werden. Anders als früher stammen die meisten nicht mehr aus den Nachbarländern Frankreichs, sondern aus insgesamt 140 Staaten. Auf uns wirkt André patriotisch und vertritt umstrittene Ansichten. Und trotzdem war es für uns interessant, ihm zuzuhören und ihn dabei zu beobachten, während er über die Fremdenlegion spricht. Nach dem Gespräch will André uns zu alten Zeichnungen in einem Stein bringen. Laut seinen Aussagen stammen diese von Ureinwohnern von vor 5.000 Jahren. Leider stand uns die Sprachbarriere bei der Verständigung im Weg und wir hatten teilweise nicht genug Internet, um zu übersetzen. Deshalb war es sehr schwer für uns, André und seine Worte zu verstehen und einzuschätzen. Wir sind mit dem Fremdenlegion ja nochmal zurückgegangen, wo wir vorhin waren, wegen den 5.000 Jahre alten Zeichnungen in den Steinen. Und wir sind auch nochmal hier vorbeigekommen an dem Friedhof. Und ich habe ja vorhin gedacht, dass da die Gefangenen begraben wurden. Aber das ist falsch. Da wurden die Offiziere begraben und die Gefangenen wurden ins Meer geschmissen und mit der Strömung weggestimmt. Alle Infos sind hier in diesem Video nur kurz angeschnitten. Denn alles weitere würde den Rahmen sprengen. Und dennoch hoffen wir, wir konnten euch einen kleinen informativen Einblick geben. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann lest das Buch oder guckt die alte oder die Neuverfilmung von Papillon. Wir haben uns letztens die Neuverfilmung angeguckt und die war auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Das war es schon wieder bis hierhin. Die Inseln waren auf jeden Fall sehr sehr sehenswert. Wir genießen jetzt hier noch den Sundowner und essen ein bisschen was. Und dann geht es morgen auch schon auf die nächste Etappe. Wir hoffen euch hat das Video gefallen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte jetzt. Lasst ein Like da und kommentiert gerne, wie ihr das Video fandet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao! Ciao!